Meine Damen und Herren, es ist mal wieder an der Zeit, Nerven zu strapazieren, eine Challenge anzugehen und eine ruhige Kugel zu schieben. Herzlich willkommen zu The Game of Sisyphus, Digga. Also, ich glaube, das hat einfach so einen ähnlichen Frustrationsgrad, wie zum Beispiel ein... Oh, scheiße. Na, hier, Only Up oder Altair 4. Ja, auf jeden Fall wird es interessant. Und das soll dann am Ende... Ey, wie soll man das denn machen? Jetzt mal Butter bei die Fisch. Ich kann das so steuern. Okay, ich muss einfach nur gucken, dass ich immer gerade hinter dem Ball bin. Und da müssen wir halt aufpassen. Oh, scheiße. Ja, 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 ja. Jetzt reicht es auch mal mit chillen. Hier wird nicht mehr gechillt. Scheiße! Ich habe schon keinen Bock mehr. Also, wie kann man denn schon so früh scheitern? Wie kann man denn schon so früh scheitern? Wenn ich jetzt gerade durchgehe, dann sehe ich da auf jeden Fall die Möglichkeit, dass das irgendwie klappt. Ich will das Spiel ein Stück durch. Digga. Ich renne jetzt hier eben hoch. Siehste, 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 wir sind schon weitergekommen. Nee, Alter, jetzt soll ich meine Brille auch noch abnehmen. Ich habe in meinem Twitch-Chat so Funktionen. Da hat der Platty, das ist einer meiner Mods, der hat jetzt eingestellt, dass die Leute das kaufen können, dass ich meine Brille abnehmen muss zum Beispiel. Ich sehe halt nichts. Danke, Zero Rage, dass du das gemacht hast. Es sind schon ein paar Meter, die wir zurückgelegt haben. Ah, ich kann auch mal so zurückrennen. Das ist smart. Okay. Dass wir mal kurz einmal zurückgehen, um uns neu zu positionieren. Das ist stark. Das ist stark auf jeden Fall. Weiter wie Matteo kommen, wird auch kein Problem sein. Man kann auch mit den Maustasten... Deuern, nein! Oh Gott. Nein! Nein! Oh! Ah ja, mit den Maustasten geht es wirklich. Scheiße, alle Hater! Aber das ist doch geil. Daher ist es doch voll entspannt, wenn man weiß, wie es geht. Wenn man die Mechanik des Games verstanden hat, dann ist es ja einfach total easy. Dann wird uns dieser Ball doch jetzt niemals mehr von der Popperze rutschen hier, oder? Ist das hier ein Safe-Spot? Alter, wir haben ein Safe-Game. Wie oft habt ihr so Balls in eurem Leben in der Hand? Schreibt es in die Kommentare. Rögt ihr durch? Ah ja. Freu dich nicht zu früh. Nein, nein, nein. Es ist hier alles easy. Locker easy Kokain-Deal, sage ich auch immer. Ah, verstehe, verstehe. Oh nein. Oh nein! Okay, alles gut. Ich sehe wieder was. Sehr gut. Oh shit. Got it. Wir haben es. Wir haben es gesaved. Wir haben es gesaved. Wir haben es gesaved. Wir haben es gesaved. Beruhigt euch. Wir sind drin. Wir bleiben drin. Wir sind noch drin. Alge. Wie weit geht das denn hoch? Ist das ein weiter Weg? Soll ihr zwei Kniebeugen machen? Und für jeden weiteren Sub auch zwei Kniebeugen für die nächste halbe Stunde? Ah. Ah. Okay, okay, okay. Okay, okay. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Wir haben den Lauf. Wir haben den Lauf. Wir haben den Lauf. Wir haben den Lauf. Bruder, bleib doch stehen. Stopp jetzt! Hier ist der Safe-Spot. Oh Mann. Sieht jetzt erstmal noch viel aus, aber so viel haben wir jetzt noch nicht. Oh, ich kriege mein Ding nicht hier oben. Oh, ich kann mein Ding nicht hier oben halten. Nein! Hallo, was soll das? Oh Mann, weh. Du rollst da jetzt rüber. Ich kotze. Ich kotze. So, dann wackeln wir hier wieder mal hoch. It's a kind of magic. Ey, drück doch das Ding vor. Man wird ja auch schnell ungeduldig und will dann unbedingt, dass es klappt, weil man denkt, man weiß, wie es geht und dann macht man Flüchtigkeitsfehler. Versteht ihr, wie ich das meine? Da müssen wir aufpassen. Spannung, Entspannung, Entspannung. Wir haben es gesaved. Wir haben es gesaved, habe ich gesagt. Okay, okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ganz kurz warten. Aua! Und durch, und durch, und durch, und durch. Ja, 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 ja. Und lass mich durch. Ja, 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 ja. Chillig, 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 chillig. Und durch. Jawoll Wir haben es sehr gut, Kalle Oh, neuer Untergrund Also ich denke, ich darf einfach nicht gegen die roten Fässer kommen Nach dem Abschnitt Ich habe jetzt eine Pause verdient Es ist alles in Ordnung Es bleibt hier alles so, wie es ist Alter, man muss da richtig gegensteuern Also da braucht man wirklich ein absolutes Fingerspitzenfeingefühl Damit man jetzt hier keinen Unfug baut Wir haben den nächsten Bereich erreicht Wir haben den nächsten Bereich erreicht Sollen wir mal eine kurze Trinkpause? Schön, 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 schön Alles in Ordnung Oh, schon wieder ein neuer Untergrundsound Okay, man kommt ja hier auf jeden Fall an dem so vorbei Aber ich kann auch kurz warten Okay Einfach schnell rüber So, hoch mit dir Wir warten hier nochmal kurz Wir positionieren uns erstmal ordentlich Wir positionieren uns ordentlich Wir positionieren... Nein, nein, lass die Kugel drin Okay, wir warten jetzt, bis es hochkommt Okay, jetzt gehen wir hin Und jetzt Vollgas Vollgas, 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 Vollgas Ich dachte gerade, er bumst mich hoch Jetzt gerade haben wir... Oh, ist das Eis? Noch mal eine kurze Trinkpause So krass wie schreibfaul gesagt Ihr macht mich so sauer Was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Aua, meine Ohren Was kommt davon? Nicht ablenken lassen Nicht ablenken lassen! Lisa, bitte bleib ruhig Lisa, bitte schnauze Ganz vorsichtig Sei bloß vorsichtig Sei bloß vorsichtig Das Gebiet jetzt check ich null gerade So, da sind jetzt die ganzen Kaktussen R-Zahl von Kaktus ist Kaktusse Ehre in den Arsch rein Es tut mal wieder so gut Wenn Ehre meine Rosette berührt Was hat der Hase für mich dabei? Und wir alle sind uns sicher Mindestens noch ein Ei Nein, ich muss auf dem Holzweg laufen Weil da hinten komme ich nur durch das Holz durch Ich hätte gerne mehr Motivation! Scheiße! Unspannt euch mal Ja, 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 ja Oh, 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 boah Ui, geil Was ist das denn da hinten? Pfeile? Oh, wir haben Das war halt ein Tag Oh, shit Okay, okay, okay Da kommen wir easy drauf vorbei Ich glaube, wir warten den nächsten Intervall ab Man muss auch mal eine ruhige Kugel schieben Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Lehre des Spiels Nicht immer alles gleich wollen Und jetzt hier über die Schwelle Gelle, 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 gelle Uh, mein Arsch Oh, Gott sei Dank Alles gut Ey, entspannt euch mal So, bewegt sich das jetzt? Oder bleibt das so, wie es ist? Das bleibt so, wie es ist, ne? Na Okay, alles entspannt Alles entspannt Junge, wie meine Kugel einfach richtig weggeflogen ist Alles entspannt Ich dachte, also, wenn er jetzt hier rüber gerollt wäre, dann wäre Ende gewesen Dann wäre er komplett runtergerollt Okay Das passt Das passt, das passt, das passt, das passt Was ist, wenn ich ein Pfeil abkriege nur und nicht mal eine Kugel? Tack, tack, tack Wupp So, und jetzt müsste ich ja eigentlich easy durchkommen Geil Aber wir haben uns wieder mal eine Trinkpause verdient Wir kommen ja super durch Oh, der Strommann hat mich gehauen Kennt ihr Leute, die es nicht mal bis hierhin geschafft haben? Oder ist das einfach so ein richtiger Billo? Ist das einfach nur so eine richtige Billo-Phase gerade? Und ich denke mir so, oh, ich bin übelst krass und ich bin es gar nicht Und gleich fickt mich das Game richtig ins Arschloch rein Oh, es gibt bestimmt auch so... Oh, alles gut Ich wollte sagen, es gibt bestimmt so Skips schon oder so für das Game, oder? So, Claps in den Chat Claps Jetzt müssen wir da gleich rüber, oder? Ich trau mich da nicht rüber Ist das Öl? Vielleicht ist das auch Öl Vielleicht bleib ich da fett stecken, Digga Das sieht eher wie Öl aus, als wie Eis Ja, es ist Öl, es ist Öl, verdammte Scheiße Nein! Nein! Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut Ne! Was? Bleib stehen! Das sind diese Momente, wo man wirklich denkt Da hilft nur Alkohol Wir haben ja keine Eile Wir haben ja alle Zeit der Welt Wir haben ja alle Zeit der Welt Oh, Baby, Baby Baby, Baby Baby, Baby Ist das eigentlich ein Mondstein, den ich hier hab? Halt den Mondstein fest und spür die Kraft Scheiße in meinen Arsch, ich hab wieder verkackt Ehre Ist die Bombe jetzt respawned, die eine, die da exploded ist? Oder ist sie jetzt weg? Ich war noch nicht da 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 Oh, F*** Sag das Zauberwort, denn du hast die Macht Halt den Mondstein fest und spür die Kraft Das ist so eng hier, da kommt doch keiner rein Es ist doch wirklich zu eng Ah, ich flieg die wieder raus Lass mich drin, bitte Ah, F*** mich Oh, okay Alles gut Sag das Zauberwort und du hast die Macht Ah, du kannst es tun Oh, Hurensohn Oh, Sailor Moon Geil So, jetzt kommt Schnee Alles ist gut, alles wird gut Bitte, bitte, bitte Nein, F*** nicht mein Leben Ah, meine Kugel, meine Kugel, meine Kugel Alles safe Alles safe, alles safe, alles safe Oh Nein Nein Ja Okay, okay, okay Es tut nicht nur weh, sondern es blutet schon Ich hasse alle Vor zwölf Minuten hat jemand geschrieben, liebe den Song mittlerweile Der Song hat sich nicht verändert, der war schon immer scheiße Was hören wir jetzt als nächstes für den Song Jetzt müssen wir hier irgendwie hochkommen Ah, F*** mich Ah, Mann, ey, was ist denn mit dieser Scheißkugel los? Oh, nein Ich will doch einfach nur da hoch Na, komm Na, komm Na, komm Ja, ja Oh, ich muss hier so richtig balancieren Oh, wir können langsam laufen Warum sagt das keiner? Wir können langsam laufen Gott sei Dank ist dieses X da Ich kotze im Arsch Das ist nicht gut Das war ganz dumm von mir Stopp Stopp, 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 stopp Stopp Also dieses Eisfeld hier, das ist echt scheiße Ich respektiere nur Mann, fick doch dich selber Also jetzt gerade werde ich richtig aggressiv Dass das so eine rutschige Scheiße ist hier Was soll das? Junge, geh doch einfach geradeaus Warte, ich gehe einfach nur geradeaus Und es hat übelst den Dings, den Drall Ich gehe nur geradeaus und es hat übelst den Drall Wenn das jetzt noch weiterrollt Okay, jetzt ist der letzte Sound kaputt Aber das ist das letzte Leben, was ich hier habe Oh Mann Gut Alter, ich kann es noch zurückgeben Gut tous Bis zum nächsten Mal.